Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOver Cars und heute stelle ich euch kein Auto vor, denn das wäre hier mit Verlaub ein etwas älteres Fahrzeug, was ich euch vorstellen müsste. Nein, heute lernt ihr etwas. Zehn Dinge, die man tun muss, um das Auto für Frühling und Samoffe zu machen. Punkt 1. Waschen, waschen, waschen. Der Winterschmutz muss runter. Waschen, waschen, waschen. Natürlich ist das wichtig. Vor allem nach so einem harten Winter. Ich meine, wir in Bielefeld, wir kennen keinen Winter. Ich glaube, wir hatten einmal Schnee hier. Aber dennoch, es wurde gestreut und das Salz, das muss runter. Deswegen müsst ihr den Wagen waschen, auch schön mal mit einem Dampfstrahler in die Radkästen rein, damit das Salz runterkommt, denn Salz in der Kombination mit Wasser und Sauerstoff bzw. Luft bebringt euch nur eins, das ist die braune Pest und die wollen wir alle nicht. Punkt 2. Die Feuchtigkeit muss raus. Weg mit dem Mief. Pah, wie das hier riecht. Ich finde, so unangenehm riecht mein Wagen gar nicht, aber er hat natürlich vollkommen recht. Gerade die Fußmatten, das sind so richtige Schwämme. Im Winter tragt ihr da Feuchtigkeit rein und die Fußmatten nehmen die auf. Und im Winter habt ihr halt nicht die Möglichkeiten, die Feuchtigkeit wirklich wieder gut rauszubringen. Deswegen jetzt Zeitungspapier drauflegen, die Feuchtigkeit raus aus den Fußmatten. Das sind ganz elementar wichtige Sachen. Und dann kann man die auch mal so rausnehmen. Ja, und ihr seht das schon, die muss auch mal unbedingt gereinigt werden. Punkt 3. Jetzt erhöhen wir den Durchblick. Die Fenster muss man auch mal wieder von innen putzen. Auf jeden Fall. Das wird ja im Winter wahrscheinlich keiner gemacht haben. Und das erhöht natürlich definitiv den Durchblick, den ihr definitiv auch wiederum braucht für eure Fahraufgabe. Geputzte Fensterscheiben, die wir schlagen a weniger und b, ihr habt einfach eine viel bessere Sicht. Punkt 4. Wie sieht es denn ansonsten im Innenraum aus? Da könnte man aber auch mal wieder durchfeudeln und saugen, oder? Wie gesagt, ich müsste auch mal wieder die Fußmatten saugen und dann drunter natürlich auch. Aber im Frühling, im Sommer, da solltet ihr zur Vorbereitung auf den Frühling im Sommer, da solltet ihr auch mal alles einmal abputzen. Ja, der ganze Staub, der muss einfach raus. Der ganze Wintermief muss weg, damit es einfach mal wieder im Frühling schön glänzt und auch gut riecht im Auto. Punkt 5. Jetzt blicken wir mal unter die Motorhaube und kontrollieren dort die Flüssigkeitsstände. Ihr liebt euer Auto doch, oder? Deswegen solltet ihr auf alle Fälle den Ölstand regelmäßig kontrollieren und jetzt im Frühling, da macht es auch mal Sinn, neues Öl reinzupacken. Einmal im Jahr sollte man sowieso einen Ölwechsel machen, unabhängig davon, wie viele Kilometer ihr damit fahrt. Denn das Öl ist nicht nur wichtig für die Schmierfunktion, also der Schmierfilm darf niemals abreißen, sonst habt ihr einen Kolbenfresser. Das Öl ist auch wichtig für die Kühlung und natürlich auch für die Abdichtung. Deswegen, neues Öl macht definitiv Sinn, vor allem nach dem Winter. Denn im Winter, ihr müsst euch das vorstellen, das Öl, das arbeitet nicht so gut, wenn es kalt ist. Und jetzt wird es halt wärmer, dementsprechend das alte verbrauchte Öl raus. Kontrollieren sollte natürlich auch das Kühlwasser. Ist noch genug Kühlwasser drin, wenn dich ein bisschen nachkippen, ein bisschen kann das Ding schon mal verbrauchen. Also das ist nicht ganz so tragisch. Was aber auf keinen Fall, was man verbrauchen darf, das ist die Bremsflüssigkeit. Ist der Bremsflüssigkeitsstand niedriger geworden, dann ist da irgendwas im Argen. Dann sind entweder die Bremsbeläge verschlissen, die Bremsscheiben verschlissen oder aber noch viel, viel schlimmer. Ihr habt ja irgendwo ein Leck. Und ganz ehrlich, der Bremskreislauf, das ist ein geschlossenes System. Sollte da Bremsflüssigkeit fehlen, nicht nachkippen, sondern ab damit sofort in die Werkstatt und gucken, warum da was fehlt. Denn dann spielt ihr wohlmöglich mit eurem oder anderen Leben und das wollen wir alle nicht. Und beim Wischwasser, da darf natürlich jetzt die alte Winterpörre raus. Da dürft ihr wegen meiner euer Frühlingsduft einfügen. Den Froschschutz braucht man da jetzt auch nicht mehr, aber auch auffüllen, denn das gleiche gilt wie bei den sauberen Fensterscheiben. Wer den Durchblick haben will, der muss auch mal die Scheiben reinigen können. Punkt 6. Aufräumen. Wir entfernen unnötigen Ballast. Genau, unnötigen Ballast, der muss raus. Das Downsizing fängt ja auch beim Fahrer an und wenn ich nicht abnehme, dann muss ich zumindest den Müll aus dem Kofferraum schleppen. Ich sage mal so, man braucht im Sommer A, keine Schneeketten. B, das Enteiserspray könnt ihr auch zu Hause lassen und so ein Eiskratzer hier zum Beispiel, der ist im Winter natürlich richtig notwendig, aber im Sommer braucht ihr den auch nicht. Also das kann alles raus und damit bringt ihr das Gewicht aus dem Fahrzeug raus. Und jedes Kilo, was ihr mehr rumschleppt, also nicht nur an eurem Körper, sondern halt auch im Auto, das geht auch auf den Verbrauch. Und das heißt, wer den Verbrauch senken will, der muss Ballast rauswerfen. Punkt 7. Im Winter fährt man Winterreifen. Im Sommer mit? Na, wer kommt drauf? Ganz klar mit Sommerreifen. Ich lasse sogar noch Allwetterreifen gelten, aber im Sommer fährt man mit Sommerreifen, im Winter mit Winterreifen. Da gilt die Faustregel von O bis O, von Oktober bis Ostern die Winterreifen und von Ostern bis Oktober dann die Sommerbereifung. Wenn ihr die Reifen schon mal runter habt, dann schaut euch bitte auch die Bremsanlage an. Sind die Bremsscheiben verschlissen? Wie sieht es mit den Bremsbelägen aus? Und wenn die runter sind, dann macht die neu. Getreu dem Motto, neu bleibt treu, ist nämlich der Reifen und aber auch die Radreifenkombination in Verbindung mit der Felge, beziehungsweise den Bremsscheiben dahinter, die einzige sinnvolle Kombination, die euer Fahrzeug mit dem Untergrund verbindet. Ja, und da sollte man sich das durch den Kopf gehen lassen, dass ja eigentlich das Ganze sehr sicherheitsrelevant ist. Deswegen auch den Luftdruck prüfen, die Räder nachziehen, das passende Drehmoment, das findet ihr in eurem Handbuch. Und natürlich auch mal darauf achten, dass die Reifen nicht ganz so alt sind. Ja, ich sag mal so, mit 13 Jahren alten Reifen zum Beispiel sollte man nicht mehr rumfahren. Es ist aber natürlich auch mal so die Frage, sind die Reifen schon ausgehärtet? Wie sieht es mit der Gummimischung aus? Wie ist das Profil? Sind die Reifen vielleicht nur einseitig abgelaufen? Dann passt auch was nicht mit Spur und Sturz. Das solltet ihr alles halt kontrollieren, wenn ihr jetzt im Frühling die Reifen drauf macht. Und wenn da was nicht stimmt, dann habt ihr jetzt definitiv noch die richtige, notwendige Zeit, die ihr euch nehmen solltet, um das Ganze zu kontrollieren. Punkt 8. Auch im Frühjahr bzw. im Sommer kann es regnen. Deswegen kontrollieren wir die Scheibenwischer. Ja, also definitiv die Scheibenwischer, die sollte man kontrollieren. Sind die nämlich eingerissen oder gar porös oder ausgehärtet? Dann könnt ihr die eigentlich nur wegschmeißen. Dann könnt ihr die nicht mehr als Bumerang missbrauchen. Dann gehören die in die Tonne. Also einfach mal gucken, kontrollieren, sind die irgendwie eingerissen an den Enden oder hier in der Mitte? Ja, dann macht die neu. So teuer sind Scheibenwischer nicht und sorgen dafür, dass ihr eine gute Sicht habt. Punkt 9. Frische Luft zum Durchatmen. Hat das Auto einen Innen- bzw. Pollenfilter, dann sollte man die nun auch erneuern. Wenn das Auto einen Pollen- oder so einen Innenraumluftfilter hat, würde ich den neu machen. Kostet nicht die Welt, kann man selber machen. Wenn man nicht weiß, wie es geht, steht es meistens im Handbuch. Wenn man das auch verlegt hat, kann man sich im Internet erkundigen, zum Beispiel bei gutefrage.net oder sowas eine Frage stellen. Da kriegt man dann meistens die passende Antwort zu. Der Grund liegt auf der Hand. Im Winter setzt sich so ein Filter zu, durch den ganzen Schmutz, der draußen rumläuft. Im Sommer oder im Frühling, wenn es gerade wieder blüht, wird das für Allergiker dann einfach auch nicht besser. Das heißt, ihr müsst da einfach sorgen dafür, dass ihr saubere Luft im Innenraum habt. Deswegen Filter raus, neuer rein und alle sind glücklich. Punkt 10, Schäden erkennen und behandeln. Wer den Schaden hat, der braucht für den Sport nicht zu sorgen. Ich bin da ganz ehrlich, im Winter, da wasche ich meinen Wagen auch nicht so häufig. Und da fängt man sich schnell mal so einen Steinschlag an. Jetzt, wo ihr ja das Auto hoffentlich richtig geputzt habt, richtig sauber gemacht habt, dann seht ihr diese Flecken. Und wenn ihr so einen Steinschlag habt, und gerade wenn da Metall drunter ist, dann müsst ihr den jetzt behandeln. Grund liegt auf der Hand, Luft und Wasser ergibt richtig Rost. Rost wollen wir nicht, also kleiner Punkt, könnt ihr mit dem Lackstift wegmachen, größere Flächen. Mit dem Spot Repair, da gibt es richtig gute, günstige Lösungen und schützt, dass das Auto auch weiterhin gut aussieht. Tja, das war es für Voice Over Cars von heute. Habt ihr Fragen dazu? Ich hoffe nicht, denn viel mehr weiß ich gar nicht. Ich habe euch ja alles, was ich weiß quasi gesagt, aber dann ab damit in die Kommentare. Denn ich hole mal einen Kollegen hier rein. Ja, komm ruhig rein, komm ruhig rein. Ne? Den kennen einige von euch. Das ist mein Kollege Jan aus Bielefeld. Und der kann euch da natürlich auch was dazu sagen. Sag mal, was machst du eigentlich, um dein Auto fit zu machen für den Sommer, für den Frühling? Und jetzt, viele von euch wollen es wissen, Jan fährt ein. Ja, ich fahre wohlgemerkt einen 1995 Opel Corsa B mit 45 PS, der so gut wie immer an der Straße steht und mir nur als Notnagel dient. Und ich gestehe, ich muss mir Jens das Video erstmal angucken, um mir die ganzen schlauen Tipps anzueignen. Weil der steht an der Straße und wenn ich ihn brauche, fahre ich ihn, egal ob Sommer, Winter, Frühling oder Herbst. Ja, aber dennoch, ganz wichtig, im Sommer fahrt ihr definitiv auf Sommerreifen, denn das ist sicherer. Ihr kontrolliert jetzt einfach mal eure Flüssigkeitsstände und ihr schaut jetzt einfach mal bei Jan rüber, bei Ausfahrt TV, was er für neue Reviews gedreht hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann, euer Jan, Jens. Ciao.